Doch. No, hier ist ein, äh, was ist? Hä? Hat gerade jemand gestohnt? Ja, Jose. Was hab ich? Bruder, was war das? Was war das? Was war das denn, Jose? Hast du gerade nicht gestöhnt? No. Ey? Ey, was lebert dir? Ich hab's auch gehört, so, ahhh. Ich habe das doch gehört, dass du gestohnt hast, das redest du da? Ey, was verstehne, ey. Ey, du ha... Ey, ich habe... Was machst du da, Jose? Ey, das war, das war Mutti, Mann. Nein, nein, ich habe das genau gehört, da hat jemand bei dir gestohnt, amigo. Ja, ich hab auch gehört. Boah, du widerlicher, ekelhaftes Stück Scheiße, du. Ja, okay. Was schaust du denn da nebenbei? Geilst du dich an meiner Stimme auf, oder was? Nein, 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 nein. Du ekelhaftes Schwein, du. Wollen wir alle immer noch zum Hangar? Ey, was labert ihr eigentlich noch? Ich werde nicht vertreten. Ja, manche, manche.